moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft und ich habe ja angekündigt dass wir in dieser folge jetzt mal ein bisschen wieder auf tauchkurs gehen in der hoffnung metall zu finden brauchen wir jetzt eher doch noch nicht so viel aber metall ist nichts nicht schon irgendwie komisch dass immer eine seite gar nichts hat ist wirklich einfach gar nichts eine komplette seite plastik ja immerhin wird jetzt wieder hell da ist vielleicht sehen wir gleich unter wasser ein bisschen besser und wenn schon den nächsten hier aufballern ob der noch klanken haben wir noch irgendwas hierfür können den hier aber mal umtauschen und die beiden mal essen und die weg schmeißen die habe ich gesagt wegschmeißen ja sieht schon ein bisschen besser aus hier ausgerechnet jetzt greift er mich an ich glaube du verdeckst das eisen metall da haben wir kupfer 3 haben wir wieder drei metall baden können wir daraus machen gefällt mir gar nicht mit dem hai wirklich gibt keine möglichkeit den irgendwie anders loszuwerden drecksviech wirklich richtige scheiß drecksviech ist das hier haben wir noch mal kupfer das ist kupfer ich sehe es gleich gegen gleich wegen dem hai drauf wo auch immer der ist hier müsste man zusehen dass wir den bogen hier bauen wo ist denn der hier brauchen wir einen bolzen oder plastik dass ich sage schon tanken über den genauer kiste möchte man das mal da drauf die können wir komplett hier wegschmeißen wir brauchen die jetzt nicht wir werden aufgenossen die inseln gekommen wenn wir das da die truhe erstmal für wichtigere dinge benutzen ob wir das hier rein dann packen wir hier ich hier rein den packen wir mal hier rein und ja die werden wir noch verarbeiten und schmeißen und schmeißen die dinge und die dinge auch nochmal weg holz wir haben eigentlich können wir schon anfangen uns nach oben irgendwo hinzuarbeiten oder so aber wir wollen hier erst einmal so so dann brauchen wir hier nochmal der hat auch keine anderen probleme der hat auch keine anderen probleme der hat keine anderen probleme so genau hier nochmal reparieren hier also so so müssen wir den hier cool machen dann können wir hier so eine spitze machen wenn wir das soweit haben Ich will erstmal machen, dass wir den hier sicher. So. Hier sichern. Also nur hier vorne. Ob wir attackiert werden können. Wir brauchen auch gleich einen neuen Speer. Ich packe erstmal hier hin. Oder lassen wir erstmal so. Da kommt eine Kiste. Wo ist denn die Kiste? Wir drehen den noch ein kleines bisschen mehr. So. Damit wir die Kiste definitiv kriegen. Ah geil. So erhoff ich's mir. Okay. Wo bleibt die Musik? Jetzt müssen wir noch einmal in die andere Richtung drehen. So weit gedreht. Ja, die Planke nehmen wir auch noch mit. Den kriegen wir so nicht. Aber so. Äh, ne rote Kiste oder? Oder was ist das? Ne, ist ein Fass. Egal, Fass nehmen wir mit. Der sagt auch an, die ganze Zeit in die Richtung müssen wir schwimmen. Oh, ist fertig. Dann verstärken wir hier. Dann hier, dann hier und dann hier und dann da. Den müssen wir jetzt noch kriegen. So hoff ich zumindest. Ja, wir haben ihn ja gekriegt. Nice. So, der sagt geradeaus. Dann drehen wir den. Ja, hier genug. Okay. Haben wir was? Ja, wir haben wieder was für hier. Zum drauflegen. So, wenn wir hier fertig haben, sind das schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das heißt noch vier dahin und drei in die Richtung. Dann wären das hier unten schon mal siebzehn. Oben rum würde das so oder so ein bisschen größer werden, aber. Ja. Damit schon mal. Die ungefähre Größe. Guck mal, hier ist. Soll ja eine kleine Brick werden und nicht, äh. Kein richtiges Piratschiff. So. Wo ist, äh, haben wir alle schon verbraucht? Ah, toll. Super. Wir müssen ein bisschen mehr Metall finden. Da bin ich sehr, sehr stark für. Immerhin kommt da vorne wieder eine Insel. Wenn wir schon mal Richtung Insel schippern. Danke. Brauchen wir gleich nochmal wieder so einen Banker. Klastisch. Hier so, eins, zwei, drei. Das wäre dann der vorderste. Hier kommt so ein Rambock hin. Für die Brick. Und dann wird unsere agonische Mide richtig töffter aussehen, soweit wir hier fertig sind. So, wie weit ist der? Planke braucht er wieder. Das macht das immer ganz komisch. Das Spiel mit dem, wo der das rausnimmt. Oh, ist fertig da hinten? Können wir den eigentlich reinpacken? Nö. Kade. Wäre cool gewesen, könnten wir auch Palmenblätter reinpacken. Um zu sehen, was dann draus passiert. So, und... Ja. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Riesen zu essen, wäre auch geil. Palmenblätter ja weniger. Vielleicht finden wir hier noch eine Truhe. Essen. Und, hier ist der. Geil, wir haben Bolzen. So, die tauschen wir mal. Das schmeißen wir mal weg. Das tauschen wir auch mal. Das kann ruhig da oben sein. Trott. Nägel wieder. Das machen wir dann mal so hin. Dann. Schau mal, ist schon mal gefehlt. Kann man damit eigentlich auch noch irgendwas machen? Nee. Den Baum nehmen wir noch mit. Kokosnuss. Das ist Seven Ways Wild Kokosnuss hier. Die wir gefunden haben. Jetzt brauchen wir noch Metall. Das ist... Da ist Metall. Die beiden nehmen wir mit. Jetzt schnell wieder hoch. Wegen Luft. Wegen Luft. Auch. Okay. so und noch mal runter russ immer eine seite nie irgendwie irgendwas in ressourcen stehe ich mir gar nicht es ist immer nur auf einer seite nicht schon wieder der hai ich weiß nicht ob ihr den da im hintergrund gerade gesehen habt nein egal ich hoffe da kommt jetzt nicht auf mich zu doch kommt da immer dieses misst wie ich ja ja du mich auch ich verstehe nicht warum der mich immer essen will mit so voller konservierungsstoffe ich schmeckt doch dem gar nicht ja genau Da geht es wieder. Was hat das denn für ein Geräusch? Was ist denn das? Ah, Rek'Sai. Schnell weg. Da lang. Dann tauschen wir mal die B3, ein paar Planken dazu. Kloppel. Tauschen wir mal. Wie was tauschen wir dort? Kokusnuss. Können wir die Kokusnuss auch mal hier zupacken. Und die Samen können wir mal wegschmeißen. Im Grunde brauchen wir die ja gar nicht. Und können wir das auch schon mal reinpacken. Packen wir das da hin. So. Was bräuchten wir nochmal? Was wollten wir haben? Wo ist das? Ach, hier wird die Riesenmuschel gebraucht. Da brauchen wir noch drei Stück. So. 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 Können wir das nochmal schnell schnappen? Oder? Die drei Schrott. Oder machen wir nochmal den Müllhaken? Okay. Wir lassen das bei dem Müllhaken erstmal. Und ziehen dann weiter. Wo auch immer, wer uns jetzt hinführt. So. Wir sollen jetzt nie weiter dagegen knallen. So. Okay. Was wollen wir? Wir verstärken. No. So. 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 Was ist denn das da hinten? Seht ihr dass da? So. mal dahin natürlich aber meine spitze hier kaputt machen wollen in dem wir mal ganz schnell mit wir hängen hier fest auf jeden fall so wo ist denn jetzt das? ähm, was passiert hier? jo da wollen wir hin, hallo nein, nicht das hier sondern da lang da wollen wir lang da wollen wir lang was macht der hier? ich will da lang ich will hier raus ich habe das Gefühl, wir stecken hier irgendwo fest hat mir auch gerade gar nicht gefallen warte mal, wir können die hier schon mal nehmen wir den schon mal und den auch noch drauf können wir den hier auch schon mal anziehen auch wenn er nix bringt aber weil wir es einfach machen können da und da dann machen wir halt hier zu äh so genau, da wollen wir hin können wir auch schon da hin? ja mal schauen, was wir da dann kriegen wo ist denn das Dach? das ist ein größeres Raft also ein Floß von irgendwem wo niemand mehr drauf ist weil wir da jetzt festgesteckerten hat mich schon genervt war schon ein bisschen überraschend so nochmal genau hier haben wir das richtig das sind hier eins so da fehlt einer wir haben aber kein Plastik mehr dafür ja dann finden wir gleich hoffentlich irgendwo Plastik dann können wir den hier draufpacken finde ich jetzt aber auch doof, dass uns jetzt hier was fehlt so die Richtung noch ein bisschen mehr da hin so dann können wir hier nochmal so machen müssen wir die beiden noch sichern da oben ist wieder Natur bei dem und dann schauen wir mal gleich was wir alles kriegen wir lanken auf jeden Fall Steine wahrscheinlich wieder so dann können wir aber auch jetzt mal schnell was essen und den hier draufpacken und trinken wo haben wir trinken da trinken da da gebraucht er nicht so ein bisschen mehr hierhin den nehmen wir mit Kartoffel ja man so hier müsste so kommen wir überhaupt da ran oder schwimmt er von uns weg danke danke hier müssen wir gleich noch mal neu machen wäre schön wenn wir gleich ein bisschen schrack kriegen könnten ein essen wir noch mal damit die hunger anzeige da wieder oder ist und dann schmeißen wir die Kartoffel auch noch dazu mit Kartoffeln ich habe so ein Gefühl wie ich schwimme davon weg gefällt mir nicht so obwohl doch wir kommen ein bisschen näher dran also flanke 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 neuer Boris ist da da ist für mich jetzt Boris das kann ruhig bisschen schneller gehen ich will jetzt da hin ja sieht schon geil aus mit dem mit dem Fisch und den Kartoffeln entfernt er sich oder kommen wir näher weiß es nicht gerade der ist schon mal so weit wenn wir das auch schon mal hier drauf packen so was hatten wir hier gehabt genau den Speer hatten wir hier das fehlt uns noch wir brauchen noch ein bisschen Schrott halt so geil die Delfine wir bauen uns gleich nochmal so einen normalen Haken wir haben kein Plastik mehr versuch mal was oder warte bevor wir das machen würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich mache hier einen kleinen Save Game und dann versuchen wir mal so dahin zu schwimmen und hoffen dass das hier nicht despawnt dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich bin's euer Max Deus und ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020